Eine große Verantwortung liegt nur noch auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Was soll es heißen? Sie können Fegeler nicht finden! Entsuchen Sie ihn eben! Dieser Versager, dieser Schmarotzen! Ein paar Vanille-Faulpilz! Von meiner Passion! Hilf mir an! Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Erbittelfock den Kreppeln. Was hat er daraus gemacht? Oh crap! Ich werde dich töten! Ich bin ein Mensch! Ich bin ein Mensch!